Musik Im Herzen des Ruhrgebiets, zwischen stillgelegten Zechen und grüner Natur, versammelt sich wie jedes Jahr die Mettelgemeinde. Musik Zelte werden aufgebaut, alte Bekannte wieder getroffen und dazu liegt der Geruch von Grillgut in der Luft. Hier werden in den nächsten drei Tagen 22 Bands auftreten. Bereits zum achten Mal findet das Rockheart-Festival statt, am Pfingstwochenende im Gelsenkirchener Amphitheater. Musik Aber jetzt auf zur Autogrammstunde. Die heimlichen Stars des Wochenendes mit ihrem mit Spannung erwarteten neuen Sänger Mark Tonelow. Musik 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 Das war's. 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 Das war's.